Wir bei Formon stehen für Transparenz. Man sieht hier, wie bei uns das Material ins Lager reinkommt. Sehr unsortiert und ungereinigt. Wir prüfen jedes Element einzeln. Wir unterscheiden dann in den Qualitätskriterien zwischen 1 Stern und 3 Stern. 3 Stern steht bei uns für fachmännisch gereinigte Schalung, wo sowohl der Rahmen als auch die Oberfläche fachmännisch gereinigt wird. Man sieht hier, dass keine Reste auf den Elementen vorhanden sind, wohingegen bei 1 Stern die Schalung als ungereinigte Schalung sowohl auf der Oberfläche als auch auf dem Rahmen gilt. Man sieht auch weiters auf den Ankerstellen, dass auch Betonreste erlaubt sind. Somit ist diese Schalung auch nur als bedingt einsatzfähig einzustufen. Werters haben wir dann die Unterschiede bei diesen beiden Qualitäten zwischen dem technischen Zustand, wo man sieht, dass hier größere Dellen noch erlaubt sind und hier keine Dellen erlaubt sind. Zum Schluss kann man auch hier sehen, dass bereits ein Unterschied bei Rost zu sehen ist. Hier ist Rost erlaubt, die 1 Stern Schalung und 3 Stern ist nur kleinster Flugrost erlaubt. Somit kann man den optimalen Unterschied begutachten und somit kannst du die optimale Entscheidung für dich treffen. Das war eine Rolle. Danke. Vielen Dank.